Kett, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu lehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Geschickt bereit. Das sind unsere Soldaten. Gib mir den Feuerschutz. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Einsatz bereit. Über diese Stellungen. Station voraus. Allemann bereit halten. Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Falten. Gute Arbeit, Anton 1. Ich wusste, Sie gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kett. Schönen. Schönen. Zieh rücken vor. Die Panzerung hat gehalten. Die Panzerung hat gehalten. Die Panzerung hat gehalten. Sie wird zerstört. Gute Arbeit. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Das spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gemachscht. Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigungen. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat Ihnen Angst gemacht, hä? Alle verledigt. Artillerie. Anton 1, schalten Sie die Artillerie-Stellungen aus dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole. Alle Artillerie-Stellungen müssen Sie durchkürt werden. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Befehl bestätigen,ropsch. Gehen. Gehen. Ein Wettbewerbs. Voraus. Kaffee! No chance. Artillerie Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Streffer! Das müsste die letzte Artillerie Stellung gewesen sein. Was war das? Wir brauchen Deckung! Anton 1, einzige Panzerdivision versucht den Platz zu bestellen. Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze Hartmann! Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will dass jeder Schuss sitzt. Sprengen Sie sich gefälligst! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Raketenpanzer! Schnauze! 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 Chne! Schnauze ist��들. Schaut mir leid, es ist ziemlich häuslich hier. Verdammt. Scheiße, die Panzerung gibt Nacht. Scheiße, die Panzerung bricht. Unsere Panzerung wird schwächer. Gut, Kerz, legen Sie los. Komm schon, komm schon. Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur noch eine Sekunde. Das Ziel ist erledigt. Hinter uns! Scheiße! Unter der Erleitung, Pipe-Light-Aus. Doch, eine Treffe übernehmen wir nicht. Fangen Sie, wo für die ausgebildet wurden. Für die.